Dieses Warum ist eine der spannendsten und eine der herausforderndsten Aufgaben, die wir uns stellen können. Das Warum ist nicht einfach zu finden. Das ist ja auch die ursprünglichste Frage aller menschlichen Fragen. Warum sind wir hier? Was hinterlassen wir? Wie geht es denn dann weiter? Die ist weit weg von Quartal und trotzdem möchte ich Ihnen ein Beispiel geben. Ich berate ein Unternehmen in Deutschland, das ist das mittlerweile fünftgrößte Stromunternehmen. Können Sie sich vorstellen, wie langweilig Strom ist? Schmeckt Strom? Riecht Strom? Können Sie Strom anfassen? Strom ist irgendwie total vergleichbar und trotzdem gibt es Marktführer und Menschen, die vom Markt verschwinden. Dieses Unternehmen, Badanova aus dem Badischen verkauft gar keinen Strom. Deren Slogan ist, wir verkaufen reine Luft. Die haben keinen Atomstrom und die haben keinen Kohlestrom. Die verkaufen reinen Strom. Die haben vor elf Jahren angefangen als kleines Stadtwerk und sind heute der fünftgrößte Anbieter und greifen RWE und E.ON an, weil sie es verstanden haben, was der Kunde will. Ein Warum. Eine Antwort darauf. Der Kunde ist eine große Erkrankung und ist eine große Erkrankung. Der Kunde ist eine große Erkrankung. Der Kunde ist eine starke Erkrankung. Vielen Dank.